heyo was geht willkommen zu meinem ersten minecraft video auf diesem kanal zwar haben wir einfach mal eine neue welt erstellt aktuell heißt man noch auf friedlich gestürzt wir starten eine überlebenstruhe relax so genau wie das mittlerweile ausgezeichnet und zwar hatte ich jetzt einfach bock drauf was ich stumpf so ein bisschen so 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 später stellen wir das natürlich auch wieder hoch also dass wir wieder unsere maps an aber aktuell sind kein pvp spiel an dem sinne was das angeht und hat er jetzt einfach mal bock drauf so 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 stumpf zu spielen und stumpf wieder zu bauen irgendwie das glaube ich der weiß hat gleich mal zunächst mal wieder gucken was wir da machen wie das erkennt wurde gegeben möchte ich noch haben wo es haben wir vielleicht seit wann geben die den fleisch aber wir wollten eigentlich das weiteres ich finde die fläche eigentlich schon mal gar nicht zu doof zu bauen doch ich schätze mal ich habe das vor schon geändert neues banner sagt mir einfach mal 0 ob das ist jetzt was ich jetzt aktuell herausgesucht habe oder ob ich das noch mal was anderes so weil ja es muss gewissermaßen passen und da ich aktuell das halb 0 pass also muss gucken also ich weiß es ist auch noch nicht so genau den kanalbanner und klar aber wie gesagt wenn das video kommt denke herren kanal war auch schon drin ja ich werde das ganze hier natürlich auch ein bisschen offline weiter spielen definitiv also ohne aufnahme ich werde aber nicht weiter bauen großartig sondern was soll in erster linie dazu dienen um diese ganzen abbauarbeiten jetzt haben wir hier wie das ganze ruhen okay aber wenn ich jetzt material suche also erstmal material fahren muss an holz an steine und da schlafen ich tot und da kommen so immense sachen vorbei dran rum weil wenn ich jetzt ich sage jetzt einfach meine mine aufbau weiß ich nicht und wir sagen jetzt mal eine 15 minuten folge machen das ist ja super wie ich nachher stumpf irgendwelche dummen steine alle abbaue ist ja auch nicht das war von daher denke ich können wir das besser so machen dass ich solche geschichten auch das wird nicht immer so sein aber entsprechend soll ich ohne aufnahme solche geschichten schon mal machen also deswegen ist dann auch entsprechend zeitsprünge geben wird jetzt habe ich natürlich kein timer mitgestellt oder sonstiges es frisst jetzt schaufeln nein das ist halt so da weiß ich auch noch nicht so ganz dass das wie ich das mache ob ich mir dann ein timer nebenher laufen lassen oder ob ich dann irgendwie weiß nicht nachgefühl aufnehmen oder wirklich nur katz sitzen nächste folge geht so weiter so da sind jetzt noch so ein paar fragen wie ich mir jetzt bis zur nächsten folge schon bis zur nächsten folge nicht sondern die aufnahme wird mit sicherheit über eine gewisse zeit rüber hinausgeben ich glaube ich lade ich mache hier keinen cut sondern wenn sie 30 minuten geht dann geht sie 30 minuten ist mir auch egal 4 stück fertig sondern und dann der muss mir echt mal gedanken machen so dass wir zur nächsten folge soll ich jetzt mal ja zur nächsten minecraft folge ein bisschen ja struktur reinkriegen was ich da dann schon weiß wie ich das jetzt genau mit den einzelnen folgen mache ich muss mal gucken ich weiß noch gar nicht vielleicht kann man das ja auch so machen dass ich im stream das auch so eine geschichten weitermachen unter anderem wenn ich mal bock auf minecraft wäre das nicht auch eine idee weil im stream kann man auch besser über andere sachen mal vielleicht so quatschen deswegen also lass mir ruhig gewisse ideen auch in den kopf lass mir gewisse ideen ruhig auch in den kommentaren da also halt weiß wie ihr es wollt ob ich dann die ganzen bauphasen mit rein nehmen soll oder ob ich die ohne aufnahme schon mal machen soll also diese ganzen abbauen die bau bau sicher schon so haben und mit plan und naja aber diese ganzen abbaugeschichten oder vielleicht in dem stream das ganze machen ich werde zwar in erster linie auf twitch stream vielleicht kriegen ich es auch irgendwann hin weil das so zu machen dass das youtube und twitch gleichzeitig läuft das funktioniert auch muss ich mal noch mal gucken mich nochmal schlau machen wie das funktioniert naja dass man vielleicht solche geschichten dann auch in einem stream macht wo man dann über den chat direkter kommunizieren kann sei jetzt mal auf fragen eingehen kann und 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 ich muss mir ganz dringend mal wieder eine neue brille organisieren aber ich habe meine daten nicht mehr das heißt ich muss einen neuen sie test machen dann muss ich gucken ob ich die alte brille behalte oder ob ich sogar sage gib mir mal eine neue ne 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 Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, lasst ein Abo da, hauen sie rein.